Nee, genau. Und die wurden dann auch ein bisschen frecher und dann hat sich so ein bisschen hochgedingst und dann hat irgendeine Mitarbeiterin irgendwie, glaube ich, Panik bekommen und hat die Polizei gerufen. Ich habe nur so gehört, wie die was so. Oh mein Gott. Polizei gerufen. Nein, nein, dann war Polizei unterwegs. Weil man in Barbarli die Hose nicht ausziehen wollte. Genau, weil sie war. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben heute einen Gast mit dabei. Da ist ja jemand. Und es ist tatsächlich niemand geringeres als Chicago himself, Digga. Moin. Was geht, Leute? Wie jetzt so Applaus hier denken, wie der so eingespielt wird. Einmal bitte Applaus aus dem Off. Oh. Wir haben heute eine richtige Audience sogar hier. Stark. Bro, ich finde es immer geil, wie wir die ersten zehn Sekunden so tun, als hätten wir uns nicht schon locker eine halbe Stunde vorher unterhalten. Du wärst gerade reingekommen. Ich habe schon zweimal Hallo gesagt, genau. Als ich gerade hier nochmal lang bin, habe ich auch nochmal so weird die Hand gegeben. Also kurz unangenehm. Ihr wisst ja nicht, was ich mache. Ist wichtig. War auch ein bisschen hot. Seid ihr gut hergekommen? Ja, also ich habe gestern wirklich nur so vier Stunden gepennt oder so. Dann sind wir heute früh in Zug. Ich habe ihn gerade so gecatcht. Sarah hatte schon Angst, dass ich ihn verpasse. Ne, aber hat alles super geklappt. Und ja. Ja, ist cool. Ich habe heute den Dom gesehen. Und der war nicht geil, richtig? Ja, ich fand es geil. Ich fand es schon beeindruckend. Nein, Bro. Nein, 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 nein. Wir können so nicht reinschauen. Als Berliner, ich muss sagen, ich kenne nur die Gedächtniskirche. Und der Dom ist schon nochmal eine Nummer größer als die Gedächtniskirche. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, es ist auch einfach jetzt kein cooles Wahrzeichen. Ja, es sieht vor allem so aus, als würde er die ganze Zeit gebaut werden. Ist auch so. Eine konstant Baustelle. Bist du das erste Mal so in Köln? Nee, ich war schon ein paar Mal in Köln, aber irgendwie habe ich noch nie so richtig Köln mitgekriegt. Ich war auch noch nie zum Karneval hier. Das muss ich auch immer noch machen. Also wenn man es wirklich mal ernsthaft analysiert, ist, glaube ich, Karneval wirklich eins der wenigen tatsächlichen Highlights, dass irgendwas passiert. Ja, deswegen machen die das auch dreimal in Köln. Seid ihr Kölner? Nee. Als zugezogen quasi. Kennst du Königsbrusterhausen? Ja, klar. Da komme ich her. Fast Berlin. S46, Digga. Endstation. Aber jeder Berliner kennt Königsbrusterhausen. Jeder, weil das immer so diese Endstation steht. Ich bin auch einmal aus Versehen hingefahren, weil ich in die, ich wollte Ringbahn fahren und bin aus Fien eingestiegen und habe so Kopfhörer auf. Und war dann in Königsbrusterhausen. Das war, glaube ich, das eine Mal, wo ich da war. Und war nicht geil wahrscheinlich. War nicht geil und ich hatte auch einen Termin. Ich war so zu spät. Du bist so richtig gestrandet da draußen. Ich bin einfach in Königsbrusterhausen gestrandet. Du steigst da so aus und guckst da so in die Augen von der Kuh rein oder so. Keine Ahnung, was da in Königsbrusterhausen angeht. Ja, okay, Digga. So schlimm ist es da jetzt. Du siehst da so, fährst du einen Traktor hinten so. Irgendeiner ruft. Es gibt keinen Strom. Gar nicht. So. So krass ist es jetzt auch nicht, Digga. Aber man konnte da nie am Bahnhof sein Fahrrad abstellen, Bro. Ich glaube, mir wurde vier oder fünfmal mein Fahrrad gerippt da. Ja, das ist ein Crime-Hotspot auf jeden Fall, Königsbrusterhausen, Mann. Mir ist das auch mal passiert, Digga. Da bin ich vom Alex irgendwie in so eine Regio eingestiegen. Man musste eigentlich Königsbrusterhausen raus. Bin aber entspannt eingeschlafen. Und dann in den Cottbus wieder aufgewacht, Alter. Und das war wirklich ein richtiges Trauma gewesen. Aber ich sage euch so, das ist alles nicht das Schlimme, dass man irgendwie zu weit fährt, sondern der Klassiker ist ja, dass man in der Ringbahn einschläft und man wacht auf und man hat nichts mehr. Handy geklaut. Oh, scheiße. Ist das mal passiert? Also mir ist es zumindest nie passiert, aber einigen Freunden, das war der Klassiker in Berlin, in der Ringbahn einschlafen und dann beklaut werden. Also ich habe echt viele Bekannte, denen es passiert ist. Und mir ist schon mal passiert, dass ich eingepennt bin und es jemand probiert hat. Und ich war so, ich kam so vom Feiern nach Hause und ich war wirklich todmüde. Und es war so, ich weiß gar nicht, da war ich so 18 oder so. Und es war vor ein paar Monaten, ich bin ja jetzt 19 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Nachträger. Danke. Und ich war so voll am Einpennen die ganze Zeit. Und dann hat so ein Typ so probiert, mich zu beklauen, hat so in meiner Hose rumgefummelt. Und dann bin ich aufgewacht und dann hat er so getan, als würde er mich wecken. Und dann meinte er noch zu mir so, weil er auch, glaube ich, nicht wusste, was sagen. Da meinte er so, ey, pass auf, dass du nicht einschliffst, sonst beklaut ich noch jemanden. Was ist dein Hund? Das ist dann wie für das Gehirn, weiß gar nicht mehr, Bruder, Scheiß, sag Ö und Wasser. Und ich meinte auch so, erst mal zu ihm so, danke. Aber er hat halt so Feuer an mir rumgefummelt. So schade. Digga, Berlin ist so wild, ich liebe es. Würdest du sagen, Berlin ist deine favorite Stadt in Berlin? In Berlin, ja. In Deutschland? Ja, also ich bin ja Berliner, ich komme aus Berlin. Ja, normal. Also ich finde so, wenn man so, also das meine ich jetzt auch null Disrespect für Leute, die zuziehen, aber Leute, die zuziehen, die sind oft einfach in dieser Feierszene drin oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch Promiszene oder Musikszene, was auch immer. Und das ist dann irgendwie kein normales Leben. Und da denke ich mir auch so, kann auch eine andere Stadt einfach geiler sein, weil es einfach auch anstrengend ist. Aber wenn man wirklich aus Berlin kommt, hat man ja auch so ein normales Life da und ich finde es einfach geil. Also ich komme aus Berlin, ich lebe immer noch da und ich finde es immer noch super geil. Du kommst aus Wilmersdorf? Ich komme aus Wilmersdorf, ja. Ist das nicht so zentral, oder? Ist neben Schöneberg. Also ich bin noch aufgewachsen innerhalb des Rings. Okay. Also es ist jetzt schon noch irgendwie zentral. Okay, geht das nachher. Aber die Sache ist, Wilmersdorf ist halt so eine Family-Gegend, weißt du. Ja, genau. Da gibt es auch keine Clubs. Das heißt, du bist da? Ehrlich. Aber auch keine Touris. Du bist da sehr entspannt, sehr behütet aufgewachsen, würdest du sagen? Ja, so, genau. Also genau, ganz normal eigentlich. Ja. Ja, geil. Ich glaube, ich bin eher so der von den Leuten, über die du gesprochen hast. Ich bin ja sozusagen halb zugezogen aus Krüsterhausen und dann schön in die Touring-Gegend Nummer 1. Kennst du das? Alexanderplatz, du. Alexander. Bro, ganz übles Ding. Aber das Witzige ist, jeder Berliner hasst den Alexanderplatz. Ja, ist auch. Also die Gegend da drum ist eigentlich sogar ganz geil. Geht. Also ich habe bei, also kennst du den Berliner Dom, ob wir das, ne? Und so quasi da gegenüber sozusagen, habe ich gewohnt. Und das war ganz geil, weil da war dieser Johannes-Simon-Park, wie der heißt, egal. Keine Ahnung, so ein Park am Wasser da. Ja. Das ist ganz, ganz nice, aber es ist halt Touring-Gebiet Nummer 1. Also ich habe da noch niemanden getroffen, der, also wenn man irgendwie erkannt wurde oder so, der mir gesagt hat, dass er gerade aus Berlin ist oder so. Das waren immer Leute, die irgendwie aus Frankfurt oder so sind. Das ist halt genau wie der Dom hier. Nur noch viel schlimmer. Ja. So. Da pilgern alle hin, Alter. Warst du schon mal auf dem Alexander-Turm, wollte ich gerade sagen? Warst du schon mal auf dem Fernsehturm drauf? Ne, ich wollte das immer mal machen, weil da ja so, ach so ein drehendes Restaurant oder so. Ja, genau. Ich war noch nie oben. Das ist eigentlich geil, oder? Ja, Bro, da hast du, glaube ich, auch nie nichts verpasst. Ich war noch nie in meinem Leben oben. Ja, das ist auch übelst teuer und das Essen ist so medium und so. Äh. Keine Ahnung. Das machen nur Leute, die nicht aus Berlin-Umgebung kommen, habe ich so immer das Gefühl gehabt. Aber, ja, keine Ahnung. In Stuttgart, also ich komme ja aus Stuttgart. Kann man vielleicht noch ein bisschen raushören. Das geht klar. Es geht, das ist wirklich krass. Du hast auch noch nicht einmal Gell gesagt. Ja, das ist, ey, ohne Scheiß, gell. Ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist, als wir angefangen haben und ich noch in Stuttgart gelebt habe, so wir machen das ja schon seit vier Jahren hier, den Podcast. Da, wenn ich mir die alten Folgen anhöre, ich rede ganz anders und ich habe das nie bewusst mir versucht abzutrainieren. Eigentlich im Gegenteil eher. Aber irgendwie ist das verloren gegangen. Wahrscheinlich so, man zieht weg, keiner redet das mehr und dann wird man eher so Hochdeutsch irgendwie. Fuck mich eigentlich voll ab. Ja, aber ich finde, irman passt dich auch irgendwie an. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das auch mit ein paar Homies, die so richtig stark Berlinern, also Berlin-Dialekt und immer, wenn ich mit denen chille, dann berliner ich auch Todes, weil es einfach so geil ist. Man kommt da so rein. Ich finde es aber auch witzig. Dann fange ich auch an zu Berlinern, einfach weil ich so den Vibe catche und dann macht es einfach Bock. Aber Berlin ist so selber nicht von Natur aus, wenn du bist da aufgewachsen. Ja, genau. Aber in Berlin ist es so, dass so viele Berliner Berliner nicht, also ich glaube, die meisten Berliner reden tatsächlich Hochdeutsch. Ja, wirklich. Also es ist einfach so, in Berlin ist es so, die meisten Berliner reden, glaube ich, Hochdeutsch und dann gibt es natürlich einige, die Berlinern und einige, die es auch einfach, die eigentlich Hochdeutsch sprechen, aber dann trotzdem auch Spaß Berlinern. Ja, okay. Und manchmal macht man es auch, also wenn ich am Wochenende, ich sage mal, im Club irgendwie verballert mit irgendjemandem spreche, dann kannst du dir glauben, dann berliner ich auch. Stark. Das ist auch eher so, also ich glaube, das ist so unsere Generation, sage ich mal, die so eher Hochdeutsch spricht. Ich glaube, das ist mehr so, so wie es halt auch zum Beispiel auch in Bayern oder so ist. Ich glaube, wenn du da, je älter du gehst, desto mehr sprechen Leute dann bayerisch halt oder so. Ja, wobei wirklich Bayern, glaube ich, das schlechteste Beispiel ist, weil da, das ist wirklich, glaube ich, eins der letzten Bundesländer, wo ich auch die, auch in unserem Alter, die noch Halfcore... Nein, glaube ich nicht, Digga. Aber schon, doch. Wirklich? Also ich kenne so ein paar Kollegen oder so Freundinnen von meiner Freundin, die dann da irgendwie da aus der Ecke kommen. Also die können es schon, wenn die wollen, aber dann müssen die sich so richtig anstrengen. Die sind so im Dialekt drin einfach so vom Ding her. Bro, crazy. Die sind ja stuck. Ey, Bro, ich habe auf dem Weg hierhin mal Wikipedia gelesen, habe mal Chicago bei Wikipedia eingegeben, mal geguckt, was kommt. Ich habe es noch nie gemacht. Das ist ganz schön lang, dein Artikel eigentlich. Ich habe es noch nie gelesen. Ich war übelst klein. Nee, also Bro, da haben wir schon Gäste gehabt, wo wirklich so, da steht so drei Zeilen, ja, der kommt daher, hat diese Musik gemacht. Du kannst jetzt nicht die Aufzählung der Alben zählen. Normal, normal, aber du hast halt oben so diesen Text ja immer und bei dir ist wirklich sehr wenig Information. Da steht so, Chiagu, dann bürgerlich dein Vorname, August und dann, ich glaube, kommt aus Wilmersdorf und das war es. Die Frage ist, wer hat den geschrieben? Ja, okay, das ist auch. Wir können den Wikipedia-Username kurz rausfinden. Oder warte kurz, können wir den, also nicht jetzt, aber können wir den... Anzeigen? Nee, nee, nee. Können wir den bitte finden und wir suchen ihn, genau. Nee, aber kann man nicht selber eigentlich den Artikel bearbeiten? Ich glaube, ja, aber es muss dann jemand abnehmen oder so. Ich glaube, so funktioniert das. Wikipedia ist so krass auf einmal. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht, Digga. Da muss doch irgendwer sitzen, der so die ganze Zeit... Früher immer Copy-Paste bei Referaten. Ja, ja, immer. Und dann aber nochmal so auf Krampf, nochmal mit so Edding drüber gehen und nochmal so Stichpunkte markieren. Aber du hast da was entdeckt in dem Artikel. Ich glaube, darauf wolltest du raus, oder? Ja, genau. Ich habe, da stand, dass du nach eigenen Angaben mal in Irland gelebt hast und irgendwie Taekwondo oder so gemacht hast. Stimmt das? Ich bin irischer Meister im Brasilien-Jujutsu. Ist das wirklich true? Ja, klar. Als würde ich lügen. Ich meine, das macht doch... Wir können ja gerne kämpfen, wenn du Bock hast. Okay. Ja, okay. Ich habe angefangen, Boxen zu trainieren vor drei Monaten. Oh, shit, ja. Und habe jetzt ein geplatztes Trommelfell. Oh, fuck. Ja, aber... Nicht aufs Maul, also ist ja alles nur Submission-Stuff. Oh, das ist sehr gut für Camping-Submissions, Leute. Ist so wie Ring und dann Aufgabegriffe und so. Also du kriegst du dich gestern. Wie heißt denn dieses Tanzkampf? Das Kapoeira. Kapoeira, ja. Aber nee, ist es nicht. Das ist, äh... Also, Shoutout Kapoeira. Kapoeira ist richtig geil, aber Jujutsu ist halt richtig... Also da kämpft man schon sozusagen. Man kämpft zu 100%. Ich war mal eine Zeit lang in einer kranken Brazilian Jujutsu-YouTube-Bubble drin. Ich weiß nicht genau, warum. Ich war da mal drin, nämlich... Ohne, dass du es gemacht hast. Oh, dass ich eh mal irgendwie das auch machen wollte oder so. Ich war auf einmal da drin. Und da gibt es nämlich diese zwei Brüder, die leben, glaube ich... Rutolo oder so? Nee, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber die leben in den USA, kommen aber eigentlich irgendwie aus Brasilien, glaube ich. Und sind halt so mäßig so die Vorreiter da irgendwie von diesem ganzen Ding. Die Gracys oder was? Genau, die. Ja, ja, klar. Und dann hab ich mir immer... Wie random, dass du da gerade drin bist. Dann hab ich mir da immer die Videos reingezogen und die machen ja so... Die machen halt so richtig... Die machen so Vlogs und die machen so... Hey, jetzt zeig ich euch mal diesen Griff und dieses... Es geht halt viel um, wie du schon gesagt hast, so irgendwie... Aufgabegriffe halt so. Genau. Ich meine, auschoken oder irgendwie Hebelgriffe oder so. Ja. Und der erste, der halt dann tappt, dann ist halt so... Könntest du das alles machen? Ja, klar. Ich mach's auch immer noch. Ah, geil. Geil. Ich hab... Geilster Sport. Ich bin auch so ein bisschen... Sowas wie du gerade erzählt hast mit so Vlogs und so, bin ich reingerutscht bei so MMA. Meine Freundin hatte mal von so einem MMA-Fighter so... Auch so einen Vlog-Channel gezeigt und es ging irgendwie darum, dass der... Also es ist ja irgendwie so, die werden gewogen und dann zwei Tage später oder so oder einen Tag später fighten die. Und dann machen die das halt so, dass die quasi... Dass die mehr Gewicht haben, als die quasi eigentlich dürfen. Weight cutting. Ja, genau. Cutten die so Weight kurz vorher und dann hat er innerhalb von 24 Stunden, Digga, irgendwie so... Ja. Alter, was war das? 12 Kilo oder so verloren. So übertrieben kann. Diese ekligen Sachen, wo du dich in die Badewanne setzt mit diesen komischen Salzen und so. Und dann bade, da lag der... Du schwitzt halt einfach die ganz plötte Flüssigkeit aus dem Kopf. Genau das, was ich jedes Wochenende mache. Aber man müsste das eigentlich verbieten. Man müsste eigentlich sagen, Leute, wie wiegt ihr euch direkt vorm Kampf ein? Ja, warum ist das nicht so? Also, ich glaube, mein Trainer hat mir das erzählt, der macht ja auch so ein bisschen MMA. Bei so Amateur, sag ich mal, also wenn wir jetzt nicht in dieser Oberliga sind, da ist das sogar so. Das heißt, es ist jetzt nicht... Nee, ich glaube, also es ist tatsächlich... Aber es ist schon üblich, dass sobald es richtige Kämpfe gibt, gibt es halt dieses Weight cutting, weil du... Meistens wiegst du dich einen Tag vorher ein. Und du hast halt einen krassen Vorteil, wenn du schwerer bist. Also wirklich so, wenn du gegeneinander kämpfst und beide ungefähr gleich gut sind, dann gewinnt safe der, der ein paar Kilo mehr wiegt. Weil du einfach, du hast ja immer mehr Kraft, weißt du uns... Und ja, deswegen so probiert dann natürlich jeder, möglichst stark zu sein und möglichst schwer zu sein. Und deswegen ficken alle ihren Körper mit diesem Weight cutting. Hä, warte mal kurz, vielleicht habe ich gerade auch übelst einen Denkfehler. Aber wenn die versuchen, möglichst schwer zu sein, warum machen sie dann vom Kampf... Warum cutten sie dann? Nee, Bro, du hast ja ein Gewichtslimit. Also sagen wir, du darfst maximal 80 Kilo wiegen. Ja. So, dann wiegt der eigentlich 85 Kilo und hungert sich runter einen Tag davor. Beim Wiegen quasi, das hungert sich runter. Verliert seine ganze Flüssigkeit, dass er dann genau 80 wiegt. Und dann direkt nach dem Weigh-in fängt er an, richtig viel zu trinken, richtig viel zu essen. Und beim Kampf wiegt er dann wieder 85 oder 84. Oh, okay, jetzt macht es Sinn. Und jemand, der das nicht macht, der dann nur 80 wiegt, der muss dann halt gegen einen 84 Kilo schweren Typen kämpfen. Boah, krass. Aber voll skast. Oh, das fickt auf den Körper so crazy. Mega komisch. Ja, genau. Irgendwie denke ich mir auch so, guck mal, wenn du einen Tag vorher deinen Körper... Also das waren ja wirklich irgendwie 12 Kilogramm oder so, was der verloren hat. Innerhalb von 24 Stunden. Ja. Und du musst doch... Wenn ich Bundeskanzler bin, dann verbiete ich das. Weight cutting. So. Ich schwöre so. Wichtig. Nee, aber so dann... Christian Lindner. Du musst doch dann so übertrieben im Arsch den Tag da drauf. Ja. So, wenn du einen Tag... Die essen ja dann... Also was hat er gegessen? Ich glaube, der hat nur... Ich glaube, der hat ein Smoothie oder so hat er an dem Tag irgendwie getrunken. Ansonsten nur Wasser und irgendwie Zitrone und Tee und so. Und dann alles rausgeschwitzt, Junge. Der muss so am Arsch gewesen sein. Ey, ich habe da mal irgendwie so eine Doku gesehen. Da haben die so eine Sportlerin begleitet. Ich glaube, das war eine weibliche MMA-Fighterin. Und wie die da in der Badewanne saß und du siehst der Anleger, die kippt gleich um so. Die ist so fertig mit allem. Die kommt gar nicht mehr klar. Das ist crazy, Mann. Ja. Aber beim Jiu-Jitsu kannst du dir wahrscheinlich nicht das Trommelfell rippen. Aber du kannst dir doch diese Ringerohren holen, oder? Ja, safe kannst du auch. Und ich hatte das auch einmal. Also das passiert nämlich dadurch, du musst einen Schlag drauf kriegen. Also zum Beispiel beim Rangeln irgendwie ein Knie oder so dagegen. Das ist das offizielle Wort, dass man sagt... Nee, Rangeln sag ich. Also man sagt Grappeln. Aber es ist effektiv dasselbe Wort. Solltest du auch einfilmen, du Bundeskanzler. Das sind so richtig gute Wörter. Christian Lindner ging nicht kämpfig. Wenn man es noch nie gehört hat, man versteht was Grappeln oder was Rangeln. Man checkt direkt was gemeint ist, finde ich. Das ist ein geiles Wort. Bro, stell dir vor. Das ist ein süßes Wort. Stell dir vor, Brazilian Jiu-Jitsu-Match. Du gegen Christian Lindner und der Gewinner wird Bundeskanzler. Weißt du, das ist so die letzte Entscheidung. Er hatte keine Chance. Sorry, Christian. Chrissi. Wir nennen die Chrissi. 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 Ja, nee. Dingens. Also es ist halt so... Was war noch meine Frage? Du meinst, du hattest schon mal so ein Ringer Ohr. Ach so, ja genau, pass auf. Es ist nämlich so, wenn du einen Schlag da drauf kriegst und dann platzt halt irgendwas im Ohr und dann läuft das Blut da rein. Also irgendwie das Ohr ist so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Knorpel. So ein Knorpel, ne? Genau, Ohr ist aus Knorpelgewebe oder so. Und wenn das platzt, dann läuft da Blut rein und dann wird es dick. Und wenn du dann die ganze Zeit rangelst oder irgendwie und jemand die ganze Zeit an dem Ohr reibt oder du auf dem Boden der Matte mit dem Ohr bist oder irgendwie mit dem Ohr irgendwie an jemandem reibst, dann reibst du das immer weiter auf und dann füllt sich immer weiter mit Blut und irgendwann wird es immer dicker. Und vor allem beim Jujutsu hast du halt richtig viel, dass du jemanden halt festhältst und dann mit der, mit irgendwie so. Ist das auch so Bodenkampf? Genau, ist das Bodenkampf und dann mit der Seite von deinem Kopf irgendwie in ihn, in ihn, in ihn rein drivst oder so. Ich kenne es nur auf Englisch so, ich kenne die ganzen englischen Begriffe. Aber, äh, äh, genau und dadurch kriegst du dann diese, diese Ringe auch. Und mein Coach hat auch wirklich so die, hat er die? Shoutouts Robert, wenn du siehst, aber meinen Coach erkennt man wirklich aus 200 Meter Entfernung, weil er einfach diese fetten. Die sind dann so Ringe, ne, das sind dann so, also, das sieht dann aus, als hätte man so das aufgepustet oder so. Genau, bei diesem M&A-Fighter, wenn ich mal gucke, der hat auch mal so diese... Aber deswegen, wenn ihr irgendwie, wenn ihr irgendwie Stress macht mit irgendwem und ihr seht, der hat Blumenkohl-Ohren, macht keinen Stress mit ihm. Blumenkohl-Ohren. Auf Englisch heißt es ja, auf Englisch heißt es ja Cauliflow-Ear, ja. Ja, Blumenkohl-Ohren, ja. Das ist jung. Aber du hast es dann irgendwie nochmal wegbekommen, oder wie? Ne, ich hatte das nur so ganz leicht, ich hatte so, so, so ein... Sieht man noch was? Ne, sieht man nicht mehr, es war hier so an der Seite. Ja, ich glaube, wenn das einmal passiert, das ist... Und dann ist es so, dann war es schon so dick, und dann hatte ich aber, dann habe ich mir so mit so einer Spritze, also hat man halt eine Kumpel gemacht, hat mir so das Blut rausgesaugt, und dann haben wir es so abgetapet, und dann habe ich einfach, habe ich mir so einen Ohrenschutz geholt und habe dann erstmal ein paar Wochen nur mit diesem Ohrenschutz trainiert, und dann ging es wieder klar. Das ist wieder so anwächst-mäßig. Genau, aber hätte ich dann einfach ganz normal weit trainiert, dann hätte es schon sein können, dass ich so ein Ohr kriege. Und es gibt deswegen auch viele, die haben nur ein Blumenkohl-Ohr, und das sieht schlimmer aus. Boah, ja, wenn dann beide. Wenn dann beide. Da musst du schon beide machen. Ich glaube, es ist auch eine Sache, ob das öfter passiert, oder? Ja. Aber manche finden es auch geil. Ich glaube, manche sind stolz auf ihre... Ja, wie bei so einem Narben oder so. Ja, safe, safe. Ja, aber jetzt bist du so schnell über dieses Irland-Ding drüber hinweggegangen. Wie kommt man denn dazu, zu sagen, ey, weißt du was, dann fetz dich jetzt erstmal nach Irland. Ich bin Viertel-Ire. Wirklich? Im Herzen. Im Herzen. Wirklich, aber im Herzen. Okay. Äh... Und ja. Genau. Was ist die Frage, warum ich in Irland war, oder wie? Ja, genau. Und wie lange und so. Kevin hat das so mühsam entdeckt hier, und dann... Ja, und es war so ein Fact, so... Keine Ahnung, man... Ich glaube, da ist noch nie eine Zeit dazu gefallen, oder so in irgendeinem Track. Noch nicht. Vielleicht bald. Kommt. Und, äh... Und das war so ein Fact, wo dachte ich so, Bro, WTF, es sah aus, als... Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich das jetzt erzähle, und du sagst so, ja, ist irgendwie ausgedacht, oder so. Ja, nee, es stimmt tatsächlich. Aber alles, was im Internet steht, stimmt auch. Sowieso, ja. Das ist ja sehr wichtig, die Regel, ja. Bro, gibt's irgendeine crazy Story zu der Brille? Naja, die Brille ist halt Teil von mir, ich hab die immer auf. Ich weiß nicht, so... Es gibt eigentlich keine crazy Story, sondern... Also ich meine, das muss ja irgendwann so angefangen haben, you know? Ich hab die schon immer auf. Wirklich? Schon immer. So aus, direkt geworden, so. Ja, mäßig. Geil. Das fragt mich halt jeder, aber... Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann dazu, also... Beziehungsweise ich sag ja, wie es ist. Also ich... Die Brille ist Teil von mir. Ich setz sie auch nicht ab. Geil. Deswegen ist es manchmal ein bisschen nervig, wenn ich die ganze Zeit erkannt werde, weil die Brille halt so... Die Brille schreit so nach erkannt werden. Ach so. Na klar, ja. Wenn ich irgendwie abends einfach nur mal eben mir, keine Ahnung, Klopapier holen will, bei Aldi so auf anonym und keinen Bock hab, dass es mich nicht mehr erkennt, werd ich ja trotzdem die ganze Zeit wegen der Brille gespottet. Da gehst du aber auch mit der Brille dann raus. Auf jeden Fall, ja klar. Crazy. Ja, ich geh auf jeden Fall auch mit der Brille... Ja genau, alles. Okay. Einkaufen. Meinst du, du würdest auch erkannt werden, wenn du die absetzt, so von Statur, Gesicht, Haare? Ich weiß nicht, hab ich noch nie ausprobiert. Crazy. Geil, Digga. Das ist crazy. Aber Irland hast du einfach so ein Jahr oder so oder Auslandsjahr oder da gewohnt oder was? Wir lassen dich locker. Ja, wir lassen dich locker. Ich meine so, ich bin ja gerade 19 geworden. Ja. Das heißt, ich war vor ein paar Jahren ein Jahr in Irland. Das heißt, ich hab da mein MSA gemacht. Ich hab meinen mittleren Schulabschluss in Irland gemacht. Okay, krass, ja. Aber wie lange warst du dann dort? Ein Jahr? Ein Jahr, genau. Ein Jahr? Ja. Und in dem einen Jahr hast du es dann geschafft, komplett dort den irischen Meister da rein? Man muss fair sein. Ich war natürlich irischer Meister im White Belt geworden. Oh shit. Also das ist die erste Belt-Stufe, so. Genau. Aber ist trotzdem krass, ey. Ja, safe. Ich hab auch jeden Tag trainiert. Aber hast du dann halt nur so bei White Belt so neunjährige gekämpft? Weil diese Anfänger-Kinder... So immer so weggetreten die Füße, Digga. Ey, ich bin irischer Meister geworden. Bro. Hat sie so geworfen einfach. Nächster. Ja ne, es gibt ja zum Glück Gewichtsklassen. Ah. Ich hab schon in meiner... Ich hab ein Middleweight. Ich bin Middleweight White Belt Champion. Genau. Ne, es war so, ich hab halt so... Also jetzt mal Spaß beiseite, ich hab halt so... Ich hab auch da mit Jujutsu angefangen und hab halt den ganzen Tag trainiert. Und so. Das war wirklich so mein Ding. So am Wochenende war ich halt feiern. Und in der Woche nur Jujutsu halt. Wirklich fünfmal die Woche. Kann man in Irland geil feiern gehen? Nicht so geil wie in Berlin. Nicht so geil wie in Berlin. Aber ich hab schon da ne geile Truppe an Leuten kennengelernt. So mit denen ich auch bis heute connectet bin. Grüße an Cormac. Äh. Und die waren verrückt. Also wirklich, die waren wirklich verrückt, diese Truppe so. Die saufen wie im Nackt, oder? Ich denke, das ist wahrscheinlich so wie im Nackt, oder? Also nicht nur saufen, Bro. Aber so... Also da gibt's halt... Gibt's natürlich nicht so geile Clubs wie in Berlin. Ja. Aber es gibt trotzdem irgendwie tausend Haus-Partys und irgendwie... Sonst geht man in einen Pub oder irgendwie... Man geht vielleicht auch auf ne... Auf ne schlechte Party. In einem Drecksclub. Aber es ist trotzdem nicht witzig, weil... Check. Weil die Truppe halt witzig ist. Digga, da hab ich irgendwann so den Draht verloren, ne? Also ich hab ja bis vor, wann war das, einem Jahr oder so auch in Berlin gewohnt. Und irgendwann, also so in der Schulzeit natürlich, hast du halt viele Home-Partys und so. So danach hab ich so zwei Monate, drei Monate studiert oder so. Da gab's auch dann noch irgendwie so ein, zwei Home-Partys. Aber danach hab ich irgendwie den Draht verloren, Bro. Und irgendwie so... Kaum noch irgendwie... Also jedenfalls so in unserem Kreis, den ich dann so kannte in Berlin, hatten wir kaum noch irgendwie Home-Partys oder so. Und ich fand Home-Partys vom Ding her aber eigentlich immer ein Stück geiler. Also wenn die... Also natürlich gibt's auch Scheiß-Home-Partys, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber da gab's so... In Berlin gab's so zu meiner Schulzeit und kurz danach so richtig abgecrackte Scheiße, wo irgendwer so ein Airbnb irgendwie gemietet hat. Und dann so gesagt hat, yo hey, zahl 30 Euro Eintritt, dann ist Alkohol umsonst. Ja, ja, genau, ja. Also die, 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 die dann so Geld machen wollten in der Metze. Weiß ich nicht, ob die krass Geld da mitgemacht haben. Das war so... Das ist Quatsch. Jungs mussten irgendwie 25 Euro zahlen, Frauen nicht. Ich erinnere mich... Also ich war nie auf so einer Party, aber ich hab auch so manchmal so die so... Da gingen immer so WhatsApp-Rundnachrichten rum oder das war so Facebook-Gruppen oder so. Ja, 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 genau, genau. Ja, ja. So whack. Dann war man da und so... Bro, das war immer crazy. Also am Ende waren immer die Mischen leer, dann gab's nur so... Also wirklich, die haben dann so Pappbecher... Also jetzt aber negativ crazy. Also das war schlecht. Das ist irgendwie so... Das war irgendwie so... Guck mal, das war so... Du musst dir vorstellen, ich komm ja eher so... Schon dörflich eher so her, weißt du? Und so für mich war es halt so die große Stadt und so und alles war neu. Äh... Warum hast du so, Bro? Bro, aber du sagst schon eher dörflich, Bro. Du kaufst Vollgas vom Dorf, man. Ja, okay. Also ich komm halt vom Dorf. Und so. Das war relativ neu alles und so. Ich bin grade in die Stadt gezogen. Und dann, äh... Keine Ahnung, dann waren wir halt auf so einer Party, Bro. Da wurde dann in so einem Pappbecher, weil die Mischen leer waren, haben die einfach Voddy aufgefüllt. Einfach pur, Digga. Hat man einfach so 025er Voddy einfach so bekommen. Und so. Alles war krass. Da wurde irgendwie auch... Irgendwer wurde auch abgestochen an dem Abend, Bro. Die Cops waren immer nach einer Stunde 30 waren die Cops da. Ähm... Bro, nächsten Tag hab ich auch abgefuckte Scheiße gehört, dass da Leute gedruggt wurden und so. Bro, das war richtig abgefuckte Scheiße einfach. Aber du fandst geil, oder? Aber man muss... Also... Nee, aber... Es war einfach so ein... Einfach ein Abenteuer. Es war so ein abgefuckte Berlin, wisst ihr? Aber ganz kurz, ganz kurz. So als Berliner muss ich wirklich sagen, so... Das ist wirklich nicht das coole Abgefuckte Berlin, sondern das waren... Also diese Partys so... Ich hab auch von denen mitbekommen. Aber das war... Ich fand das war immer so richtig corny, so diese... Ja, ich war zweimal da. Diese... Diese Art von Partys. Aber was halt so Standard war, so als wir... Bevor man halt in die Clubs gegangen ist, dass immer irgendwo eine Homeparty war. Und also irgendwie so, als ich so 15 war, war irgendwie jedes Wochenende auf irgendwelchen Homepartys. Und es waren immer Homepartys, wo wir die Leute nicht kannten. Geil. Und es waren halt immer so... Genau, irgendjemand kannte irgendwen, der irgendwen kannte. Und dann ist man irgendwo hingefahren. Teilweise auch irgendwie nach Königs Westerhausen vielleicht. Oder irgendwo in den Arsch der Welt. Hauptsache irgendwo wo eine Homeparty war. Und es war immer so eine Lotterie. Manchmal war es dann... Am Ende bist du angekommen und es waren irgendwie so drei Monster Energy Bros, die irgendwie Musik über Laptop gehört haben. Und du dachtest... Fuck, was ist das für eine Party? Und manchmal bist du angekommen und es war... Kranke Loft-Party irgendwie von irgendwelchen Bonzen-Kids oder so. Ich finde es geil, wie wir bei deiner Beschreibung gerade genau wussten, wen du meinst. Ich hatte so ein richtiges Bild vor Augen. Aber als Berliner lernt man auch früh, also vor allem wenn man jung ist, jetzt geht es klar, aber wenn man noch unter 18 ist, dass man niemals der Gastgeber von der Homeparty sein sollte. Weil es wird so viel getockert, es wird so viel abgezogen. Also wirklich auf diesen ganzen Homepartys, wo ich war, so zwischen 14 und 17 wurde immer so viel abgezogen von allen möglichen Leuten. Deswegen so... Weil auch immer Leute gekommen sind, das waren halt nicht deine richtigen Freunde, sondern irgendwelche Leute halt. Die Gastgeber haben immer so leid und irgendwie... Sei kein Gastgeber, wenn du eine Party als Minderjähriger machst. Auf gar keinen Fall. Ab 20 kann man dann wieder Gastgeber sein, weil dann kremen die Leute Respekt. Aber davor ist wirklich... Digga, ich wünsch mir da immer, das gäbe irgendwie so von danach irgendwie so eine Doku, was danach so passiert, wisst ihr? Wie meinst du? In einer Party? Ja so, das ist dann der nächste Morgen, die Person denkst du, siehst du alles nicht so Und dann kommen so die Eltern zurück irgendwann. Was sind da für Gespräche? Was wird hier für Erklärungsversuche noch gestartet, Bro? Ja, das Loch hier im Boden, keine Ahnung, man, ey, keine Ahnung, die Katze wurde an der Decke geschlachtet. Macbook, Macbook vom Vati weg. Ja, bin ich so draufgekackt aufs Macbook irgendwie. Das ist wirklich geklaut. Okay, klauen zu facken. Ich weiß ja nicht, weil... Ne, bei uns wurde eher auf Sachen gekackt. Das sind die Stuttgart-Partys. Auf unseren Homepartys wurde viel draufgekackt auf Sachen so. Wenig geklaut. Wenig geklaut, aber viel so gepisst und gekackt. Bro, what the fuck? Das war eher so ein Ding. Ne, aber das sind auch wirklich immer die geilsten TikToks. Ab und zu bekomme ich so eins, wo dann einer am nächsten Morgen... Darauf scheiß auf den Mac? Ne, das sind andere. Die geilsten TikToks. Das sind andere. Ich will dein Algo sehen, Bro, jetzt zeig dein Algo. Das können wir nicht machen. Zeig mir dein Algo und ich sag dir, wer du bist. Da ist so, da gehen die Typen dann halt so am nächsten Morgen durch die WG oder so und zeigen, was da passiert ist, Bro. Das ist auseinandergenommen. Kannst so kernsanieren, die Scheiße, Mann. Wir hatten mal so eine Party, I guess, in Königs Westerhausen. Und das war in so einem Haus, was so zwei Stöcke hatte. Und die obere Etage war so ein bisschen kleiner, sag ich mal. Und man hatte so eine Art Vordach. Ich weiß nicht, wie man das nennt, so... Wisst ihr, was ich meine? Man konnte quasi in der zweiten Etage rausgehen. Balkon? Ja, so mäßig. Okay. Und die haben von dem Balkon einfach die fucking Couch rausgeworfen. Und ich hab das nicht getan. Geil. Warum macht man das, Digga? Das ist so asozial, Mann. Das ist so geil. Das ist so geil. Zerstörer-Energie. Ne. Ja, aber einfach asozial, Mann, ey. Ich fühl da wirklich für die Gastgeber, die armen Leute, Mann. Ja, vor allem ohne die Gastgeber würde es ja nicht funktionieren, right? Was halt Leute sagen, ja okay, dann machen wir jetzt bei mir. Und dann wird schamlos ausgenutzt. Ja, so. Das ist... Aber es liegt, glaub ich, einfach daran, dass man mit 15 und 16 ist einfach dumm, so. Ja, vor allem so. Ich war auch so dumm. Also wenn ich meinen 15 oder 16-Jährigen, das ich treffen würde, ich würd wirklich... Ich würd mir, glaub ich, ein paar Schellen verpassen, so. Das sag ich auch immer. Ich war so dumm. Deswegen so... Und ja, ich hatte auch... Also ich hatte auch... Also ich selber nie wirklich abgezogen. Vielleicht mal so irgendwie so ein... So aus dem Bad irgendwie ein Deo oder so. Irgendwie so... Das ist ja irgendwie so... Oder ein Duschgel irgendwie, irgendwie so eine Sachen. Oder irgendwie was aus dem Kühlschrank. Dark Temptation. Geil, die haben Dark Temptation. Genau, genau sowas. Geil, die haben Playboy Malibu, Digga. Boah. Damals auch nicht geduscht. Einfach nur mit Axt eingespült. Und immer so eine Sekunde zu lange in den Shorten da rechnen, Digga. Dass schon so richtig gefroren ist, so unter der Axt. Ja, boah. Das war immer so ein halber Wettkampf, wer länger kann. Genau. Ey, Fußballkabinen damals haben nur nach Axt gerungen. Ja, boah. Aber ich wollte noch zu Ende sagen, ich hab ja wirklich so... Ich hab halt nur so immer so Minorshit abgezogen, was noch klar geht. Aber ich hatte auch so Freunde, die wirklich so... Wirklich halt dann so iPads, MacBooks, Schmuck und so geklaut haben. Boah, also so mit 15, weißt du so. Das ist krass. Und das war so ein Ding, das haben so viele gemacht in Berlin. Also wirklich so, ja. Und das sind alles so... Ich kenn die heute, das sind teilweise jetzt normale Leute, denen tut es auch leid, die bereuen das. Aber so mit 15, 16 denkst du halt einfach irgendwie... Also denken viele nicht so weit, dass sie jemand anderen damit halt krass schaden. Ja, mit 15. Das Geile ist auch immer, man denkt auch mit 15, also wenn ich jetzt überlege, wie ich mit 15 gedacht hab. Man denkt, man wäre voll erwachsen. Ja, ja. Man denkt so... Also das denkt man ja jetzt auch. Also ich denk jetzt auch so... Okay, ich bin jetzt... Alle 15-Jährigen da draußen, ja? Ihr seid noch nicht... Die alten. Immer die alten. Die alten Männer hier. Die alten Männer. Kommt erst mal in unser Alter, Leute. Ja, man. Aber alles besser. Man ist jetzt irgendwie 25 und man denkt so, ja, jetzt bin ich irgendwie komplett... Ja, aber man denkt, jetzt hab ich doch alles gecheckt, es kann ja gar nicht mehr mehr kommen. Ja, und ich wette, in 10 Jahren denken wir uns auch so, Digga, waren wir dumm mit 25 oder so. Safe. Also ich denk mir auch jetzt, ich bin ein bisschen dumm so manchmal. Also manchmal hab ich schon Sachen, wo ich mir denke, es war dumm so. Zum Beispiel? Keine Ahnung, so irgendwie so... Ich bin manchmal so, würd ich sagen, bin ich so übermotiviert bei manchen Dingen. Und dann kam zum Beispiel so auch so... Zum Beispiel letztens war ich im Backstage nach der Show und die waren richtig korrekt. Also es war voll die geile Show. Die haben es... Also die Veranstalter haben alles voll top gemacht. Die waren super nett so. Und nach der Show bin ich so runtergekommen und ich war so richtig übermotiviert. Hab so mein Shirt ausgezogen, war so oberkörperfrei. Und bin so auf den Tisch im Backstage gesprungen, wo so alles aufgebaut war. Hab so richtig viel umgehauen so. Einfach nur vor der Gruppe für diesen Partymoment, um irgendwie so kurz Stimmung zu machen. Alle haben auch so kurz gejubelt. Hab so richtig viel umgehauen, so richtig viel ist auf den Boden kaputt gegangen. Und dann hab ich nur so... Dann war so die zehn Sekunden Spaß, waren vorbei. Und dann hab ich so den Veranstalter so in die Augen geguckt. Der hab mich nur so angeguckt so... Dicker, muss das jetzt sein? Und ich war so richtig so... Und er war auch nicht mal... Er war nicht mal sauer. Also er hat nicht mal so... Es war nicht mal so, dass er irgendwie so meinte so... Hey, was ist los mit dir? Und dass ich auch jetzt auch noch sauer auf ihn sein kann. Er war so richtig korrekt. Er war einfach nur so... Bro, man, muss das jetzt sein? Und ich war nur so... Ja, scheiße, du hast recht, man. Das ist doch viel schlimmer. Das ist doch viel schlimmer. Er dachte ich auch so, boah, du bist so dumm. Nicht sauer, sondern enttäuschlich. Aber ich hab mir auch geholfen beim Saubermachen und so dann. Okay, korrekt. So eine Sache passiert mir halt oft irgendwie, muss ich sagen. Ja, okay. Beim Feiern, ich meine... Da ist man dann vielleicht auch unter Substanzen so... Ich doch nicht. Nee. Krasse Unterstellung jetzt, irgendwie. Wie kommst du jetzt darauf? Ja, aber so, ich meine, dann passiert das halt so. Da ist man dann vielleicht... Das Gehirn ist ein bisschen ausgeschaltet so. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, ich wollte fragen... Pass auf, ich hab noch eine Interviewfrage. Ich hab mir drei Interviewfragen vorbereitet. Okay. Da haben wir bekannt. Zwei haben wir schon abgearbeitet, jetzt die dritte. Okay. Passt darauf, haltet euch fest. Ähm, ich wollte fragen, wann es bei dir mit diesem Feiern und so losging. Also hast du so einen Moment, wo du sagst, ey, das war so das erste Mal im Club vielleicht unter 18 Stunden oder so oder irgendwie die erste Homeparty, wo man angefangen hat zu saufen oder so. Weil bei uns war das auf jeden Fall crazy früh teilweise schon. Also ich weiß nicht, wie es jetzt so bei euch war so, aber ich glaube, bei uns waren schon so diese ersten Partys, wo so Leute irgendwie Alk getrunken haben, schon so mit 12 oder so oder 13. Boah, das ist früh, Digga. Ja, und dann so, also Weed und so war halt mit 14, 15 schon relativ normal, würde ich sagen. Krass. Ich hab das Gefühl, diese so, immer wenn wir auch Gäste haben aus diesem, aus Berlin oder von mir aus Umkreis so, dass du da auch noch mit dabei zählst, da. Äh, da hat es so übel früh angefangen. Und wir sind so richtig wie so auf dem Land und dann, ich bin ja wirklich, ich komme ja auch vom krassen Dorf. Wobei uns war, gut, Saufen ging schon relativ früh los, war aber nicht mit 12. Von mir ist 14, 15. Also ich sag mal, es war jetzt nicht so, dass jetzt jeder irgendwie jetzt schon komplett dumm gegangen ist mit 12, aber es war so, man kannte immer so 5, 6 Leute, die das. Also irgendwie, ich hab eh das Gefühl so, es kommt eh mal drauf an, was für Freunde du hast und was für ein Kreis du bist, weil es ist immer so, es gibt immer irgendwie so diesen ersten Kumpel, der die Idee hat oder so, wo du dann mitmachst. Also sowas, bei mir war es auch so, wir haben auch mit, ich glaube schon so, ich war auch schon mit 12 das erste Mal besoffen so. Aber das war auch so richtig, also wir hatten auch gar keine Ahnung, ich weiß noch, das war mit Keanu, schau das Keanu, der immer noch mein DJ ist, ab und zu. Wenn Aaron nicht mein DJ ist. Ne und wir waren so, wir haben uns irgendwie am Freitag so nach der Schule, haben uns getroffen so und dann haben wir irgendwie, kannte er irgendwie irgendeine Girl, die kam mir damals so alt vor, die war halt irgendwie 14 oder so. Ja, ja. Das ist so geil. 14 ist so klein, aber so damals, boah, sie kam mir so erwachsen. Schon erwachsen wahrscheinlich. Die waren zwölf. Genau, die war halt schon so immer mal wieder irgendwie, irgendwie erkannte die irgendwie und die hat uns dann, die hat uns irgendwie aus einem Supermarkt, ich kenne auch wie die das gekriegt, aber die hat uns irgendwie so Desperados gekauft. Boah. Das gute Zeug. Ey, das ist jetzt keine Schleichwerbung in der Desperados, ja. Das gute Zeug. Aber mit Desperados war ich das erste Mal besoffen, da haben wir Desperados getrunken und wir waren so, es war auch super eklig. Also, wir mussten uns richtig runterwürgen, aber wir waren dann wirklich besoffen und sind dann auch richtig dumm gegangen, so mit zwölf einfach zu zweit, so draußen. So geil, boah. Draußen tagsüber. Klassischer Freiburg. Es war tagsüber auch. Es war so früher Abend, es war so im Sommer und es war irgendwie so 17 Uhr oder so, würde ich schätzen. Und dann sind wir auch noch so richtig besoffen U-Bahn gefahren und waren richtig hyped, aber es muss so cringe gewesen sein für alle Beteiligten, die uns gesehen haben. Ja. So, die haben das erste Mal zwei Desperados getrunken. Game Over. Genau, Game Over. Und Mixery war da auch immer so. Boah. Ja, ja, ja. Aber, um jetzt nochmal auf deine Frage zu kommen, das war so die ersten Erfahrungen, aber dann, ich glaube so das erste Mal, wo man angefangen hat so zu saufen, wie du meintest, war glaube ich dann immer so bei uns irgendwie so Schlachtensee, Krummelanke war so ein Ding. Ich komme aus Wilmersdorf, aber so da, das war irgendwie so ein Ding, so ein Treff, Schlachtensee. Und dann halt immer klassisch Home-Partys und dann halt, wobei viel erstmal draußen war, weil wenn man richtig jung ist, dann gibt es ja auch noch nicht so wirklich Home-Partys. Und dann kommt man irgendwann so, dann kamen irgendwie so die ersten Home-Partys dazu und dann irgendwann kommen halt auch die ersten Clubs dazu. Ich hatte halt so, ey Freunde so, die mit 14, 15 schon in Clubs auch ab 18 reingegangen sind, also vor allem Girls, die es irgendwie geschafft haben reinzugehen. Also ich hatte auch Freunde mit 15, vor allem Mädels, die schon mit 15 im Berghain waren und so. Was? Safe, ja safe. Auf jeden Fall zwar auch so jedes Wochenende. Würdest du sagen, das ist eine gute Idee mit 15 ins Berghain? Nein. Verstört fürs Leben einfach, Bro. Ich sage es nicht, aber so, ich meine es gibt es so, aber so, das war jetzt bei mir auch nicht so. Ja. Aber natürlich war man auch schon mal so vorher so unter 18 in Techno-Clubs ab 18. Irgendwann geht es los, dann ist man auf dem ersten Festival und ich glaube in Berlin geht es vor allem schnell los mit dieser Partyszene, also vor allem mit dieser Techno-Szene und allem, was dazugehört. Mhm. Und ja, es geht auf jeden Fall zu früh los, aber ich würde fast sagen, dass man als Berliner dadurch so ein bisschen gewappnet ist und sich schon daran gewöhnt hat, an diese Feier-Szene und dadurch eigentlich besser drauf klarkommt, als die Zugezogenen, die so mit 20 hierher kommen und dann jedes Wochenende drei Tage durchballern in irgendwelchen Clubs und gar nicht auf ihr Leben klarkommen. Safe. Wir sind meistens Zugezogene und die Berliner sind so, die wissen schon so, okay, gehen ab und zu mal feiern, machen einen drauf, aber können das besser einschätzen. Die haben die Erfahrung schon gesammelt. Zugezogene, die halt so einfach denken, okay, ich bin in Berlin, hier macht man das so. Ja, aber guck mal, das ist ja auch so ein Ding, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus München nach Berlin ziehst, weißt du? Kulturschock. Dann, ah, das, und du musst dir irgendwas beweisen. Ja. So, die ganzen Freunden, die da unten sagen, und wie ist es so in Berlin? Der ist so krank, ich schwöre, wir feiern jeden Tag und es ist so krank und ich weiß nicht, wenn ich letztes Mal ohne Koks auf Arbeit war und so, das ist so geil alles hier. Ich auch, Alter, was so jeder sagt. Was sage ich, jeder? Ja, je nach Branche so ein bisschen wahrscheinlich schon. Du musst das dann auch so dir selber ein bisschen beweisen und dein Homie so in der Heimat, weißt du, wie geil das jetzt ist, dass du nach Berlin gezogen bist. Ja, ne, vor allem so, und das Problem ist auch so, als Zugezogener hast du halt nicht so diese Base an einem normalen Leben, was ich mal wieder sage. Du bist halt nur in dieser, also oft halt, nur dann in dieser neuen Szene drin, wenn du, gerade wenn du halt vielen Feiern gehst, dann sind alle deine Freunde Feierfreunde, die alle Feiern gehen, so. Ja. Und alle auch vielleicht Drogen nehmen, so, und dann wirst du da reingezogen, so. Und irgendwie, deswegen ist auch immer wichtig, irgendwie normale Freunde zu haben, die keine Drogen zu nehmen. Dann kann man auch mit denen chillen. Kann man mal machen. Ich chill auf jeden Fall mit den Freunden, die keine Drogen nehmen, so einfach gesünder. Ja. Das ist eine gute Message auf jeden Fall. Ja. Empfehlung der Woche. Wie sieht es bei euch aus, Jungs? Seid ihr große Saunafans, aber dir weiß ich's ja. Ja. Schon, aber du warst auch schon lange nicht mehr, ne? Sauna ist schon geil. Wie sieht es mit dir aus? Sauna ist schon sehr geil. Aber Bro, bitte sag mir, du bist so ein ohne Hose Saunagänger, oder? Also komplett nackt. Komplett nackt. Ja, so. Aber wieso denn auch mit Hose? Ja, hier, guck dir mal ihn hier an. Bro, aber es ist doch textilfreie Zone. Du bist doch ein Textilfreie Zone. Warte mal, warte mal, ganz kurz. Was passiert hier jetzt auf einmal? Du hast mal erzählt, Bro. Was unterstellst du ihm? Schau mal, schau mal. Ich hab einmal erzählt, dass es früher, als ich noch ein Kind war, bei uns in der Heimat gab's halt so ein Schwimmbad, so ein Hallenbad, wo du immer hin bist. Da gab's auch Rutsche und geilen Shit. Und die hatten halt auch eine Sauna mit drin. Aber das war so mitten im Schwimmbad. Da hat sich keiner ausgezogen. Da waren alle mit Hose. Wenn du dich da aussiehst, hätten die die Cops gerufen. Verstehst du, was ich meine? Bro, das sind Kinder, das sind alte Opas, alle. Du kannst dich nicht da aussiehen. Sauna ist schon nackt, ne? Ja, da war's halt nicht. Kennt ihr das Warbali? Warbali ist auch komplett nackte Zone. Ich muss kurz was Lustiges erzählen. Ich war letztens in Warbali, es war so witzig. Also es ist so ein Saunaparadies. Genau, pass auf. Für alle, die nicht wissen, was Warbali ist. Warbali ist jetzt nicht so ein Schwimmbad. Warbali ist halt so ein Saunaparadies. Ist es auch ab 18? Auf jeden Fall, ja. Ist ab 18, ne? Ist ab 18, weil wie gesagt, alle sind nackt, also mussten nackt sein. Auch so im Pool und so. Genau, überall im Pool und so. Einfach so. Und das ist schon echt ganz geil so. Also wenn ihr mal eine Freundin habt, die ihr schon länger als ein paar Monate habt, dass ihr klarkommt, wenn ihr sie nackt seht. Oder ein Freund, dann geht mit der oder die ins Warbali. Das ist geil. Aber ne, auf jeden Fall. Und ich war letztens da. Und da war so eine Gruppe von so geilen, einfach so Berliner Kennecks. So richtig, aber so richtig nice. Die aber so, die waren da. Und ich glaube, die dachten, das wäre so ein Schwimmbad oder so ein Spaßbad. Oh nein. Es war wirklich so eine ganze Truppe, auch so, ich würde mal schätzen, aber schon ein bisschen älter. Also jetzt nicht mega jung, sondern ich würde schon sagen so 28 Jahre so alle so. Und so wirklich so acht Leute oder so. Und acht Typen so. Alle mit dieser klassischen Badehose, weißt du. Und alle so, also ich habe es zwar nicht gesehen, aber die sahen so aus, als hätten gerade alle einen fetten Auerbach und Arschbaum in den Pool gemacht. Und die rennen da rum. Und dann musste irgend so ein Öko, also irgend so ein richtiger Öko-Allmann-Wabali-Mitarbeiter mit Zopf, ist dann so zu denen gegangen und meinte so, äh, Jungs, hier ist textilfreie Zone, hier müssen wir bitte alle die Badehosen ablegen. Und wirklich, und die, die so wie, wie, ne, also wir ziehen uns nicht aus und so. Und dann, und dann, und dann, also das hat mir so leid, dieser Öko-Allmann. Aber ich war, ich bin ganz ehrlich, ich war auf der Seite von den acht Dudes so. Und, äh, weil es einfach zu witzig war. Und dann haben die da diskutiert und dann kam noch ein anderer Öko-Allmann-Mitarbeiter dazu und hat probiert, so die rauszuschicken. Aber so, die haben es halt null eingesehen. Ähm, und dann, irgendwie wurde es, dann wurde die Situation immer ernster und, äh, und es wurde immer lauter und irgendwie, dann wurden die Öko-Allmanns ein bisschen bestimmter. Äh, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Kenneck sagen kann. Ich will auf jeden Fall nichts despektierliches sagen. Sag was du willst. Aber so, in Berlin sagen wir es halt so. Das ist wirklich so, ne? Ja, das ist so. Ich küsse dir ein Herz. Also, weil ich so, genau, aber so. Ja. Auf jeden Fall die, ich sag einfach die acht, die acht, die acht... Du kannst sagen, was du willst, Bro. Die acht Berliners. Ich nenne sie jetzt einfach Berliners. Die acht Berliners. Die acht Berliners, äh, haben dann, ähm, äh, ne genau, und die, die wurden dann auch, auch ein bisschen frecher. Und dann hat sich so ein bisschen hochgedingst und dann hat irgendeine Mitarbeiterin irgendwie, glaube ich, Panik bekommen und hat die Polizei gerufen. Und ich hab nur so gehört, wie die was so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und die, und die, und die, und die waren dann auch so, nö, wir zahlen jetzt nicht. Und dann waren die Mitarbeiterinnen, das war so eine richtige Powerfrau, die war so, ne, 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 ihr zahlt jetzt aber so. Und so, 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 die beiden, die beiden Öko-Almern-Mitarbeiter, die haben ihre Fresse gehalten, aber die Mitarbeiter waren richtig so, ihr zahlt es jetzt. Und die waren so, ne, wir zahlen es nicht. Und dann haben die sich auch noch richtig angeschrieben. Die Mitarbeiterin hat die auch richtig angeschrieben. Das war krass. Das war krass. Das war so ein Film. Das war geil. Das muss das größte Drama sein, was es jemals im Verbali gab und jemals geben wird, Alter. Aber ich... Das heißt, da gibt's ein Becken und auch verschiedene Saunen. Da gibt's ganz viele Saunen und verschiedene Becken. Auch so tausend und so. So thermemäßige. Genau, ist eine Therme. Und du hast so alle 30 Minuten, hast du so in jeder Sauna, also so versetzt. Also Aufgruss und so. Das heißt, du kannst dann, eigentlich, no, du kannst alle fünf Minuten Aufgruss machen. Das, ey. Weil überall immer irgendwas ist. Aber die Sache ist, man denkt immer, man will alles mitnehmen, aber mehr als fünf, sechs Saunagänge kriegst du ja. Ich glaub, da stirbst du auch. Ja, deswegen eigentlich hast, also jetzt mal Real Talk, eigentlich hast du nur so, also eigentlich eher vier, maximal fünf Saunagänge, die Spaß machen, so. Dann bist du auch durch, so. Ja, dann kann der Körper auch nicht mehr. Ey, wenn du mal irgendwo in der Ecke bist, ich hab's dir auf jeden Fall damals schon empfohlen. Ecke Sinsheim da unten, Kirchheim, ich weiß nicht, ob dir das so sagst. Kirchheim Tech. Genau, genau. Wo ist das? Das ist so, boah, da so unten in Nähe Karlsruhe, sag ich mal einfach mal. Ja, so ein bisschen da. Da gibt's auch, die heißt einfach Therme Sinsheim oder sowas. Und die haben halt auch einen großen Beckenbereich, der ist mit Textil aber. und dann kannst du halt rüber wechseln in den Saunenbereich, der ist dann textilfrei. Und die haben ja, glaube ich, acht oder zehn verschiedene Saunen, so wirklich verschiedene, immer verschiedene Aufgüsse, verschiedene Themen. Eins davon ist, da sitzt du wie in so, wie so Art Theater-Ränge und guckst nach vorne und vorne ist ein riesiges Aquarium, wo du dann draußen die Keufische rumschwimmen siehst und sowas, Digga, das ist ganz geil. Dekadent. Ja, ja, die haben alle so verschiedene Themen, also da musst du auf jeden Fall mal reinschauen. Und das Fitnessstudio, in dem ich bin und in dem du ja jetzt auch bald bist, hat ja auch eine Sauna und ein Dampfbad oder sowas, da war ich aber nicht drin. Und ich habe mir gestern gedacht, Digga, ich gönne mir das jetzt einfach auch mal. Ich fand es irgendwie in diesem Fitnessumfeld so irgendwie ein bisschen weird, da dann in die Sauna reinzugehen, weißt du? Weil alle sind so auf so, boah, wir sind hier so auf Training und so. Aber ich dachte, scheiß drauf, ich gehe da mal einfach mal rein. Und die ist eigentlich ganz geil. Ich komme rein, sitzen so schon vier Männer drin, so richtige Saunamänner auch. Boah, das sind immer so richtig Stereotype. Ja, so richtig so, wirklich, die sitzen da, Handtuch muss bei Deutschland perfekt so gelegt werden, dass kein Tropfen auf gar keinen Fall irgendwo auf das Holz kommt. Du siehst doch. Ganz kurz. Immer wenn ich in die Sauna gehe, ich berühre immer irgendwie durch das Holz. Ja, das geht nicht. Oder der Klassiker ist, dass du dich so hinsetzt und du breitest das Handtuch, also du breitest das Handtuch dahin aus, wo du dich hinsetzt, aber dann sind deine Füße so nackt auf dem Holz da drunter. Da erntest du böse Blicke. Wirklich. Und ich komme so rein und sehe, oh shit, die nehmen das alle überernst mit dem Handtuch. Also bei den Füßen, das muss genau hier so rumgehen vorne und hinten auch und so alles. Nichtshaft berühren. Und ich dachte so, fuck, habe ich ein Handtuch dabei, was lang genug ist, dass das quasi so diese Stufe runter machen kann für die Füße. Ja, klar, aber wenn man es zu kurz ist hat, ich kenne das ja. Ja, dann musst du entscheiden, mache ich Füße oder Arsch? Okay, klar, macht so Arsch so. Aber du weißt trotzdem, der Sauna, Uli, würde ich die ganze Zeit so angucken und ihr starrt euch so nackt 15 Minuten lang an. Mexican State of in der Sauna. 15 Minuten nackt anstand. Ja, so. Man schaut sich immer und denkt, ja Bruder, sorry, ich kann es euch machen so, ich Handtuch, Herz sauber, es geht nicht. In Schneidersitz hinsetzen vielleicht oder so. Ja, auf jeden Fall, ich hatte Glück. Und die sitzen alle und natürlich in der deutschen Sauna herrscht Ruhe. Genau, genau. Keiner redet. Maximal Hallo beim Reingehen. Maximal. Hallo beim Reingehen und ganz schlimm eben, wenn du mit einem Kumpel bist. Also mit mir will man nicht in der Sauna sein, wenn ich mit einem Kumpel in der Sauna bin. Man fängt immer doch an zu labern. Ey, das hatte ich nämlich auch. Also wir waren zu viert dann oder zu fünft dann drin, dann war wirklich auch Ruhe. Und dann kommen so zwei, sag ich mal, auch so ein bisschen ältere Babas, würde ich einfach mal sagen, ja. So, die kommen auch so rein, setzen sich hin, sagen so Hallo. Die merken auch, dass alle in der Sauna die Fresse halten. Und das anscheinend gerade so unser Mut ist, dass wir gern die Fresse halten würden, so vom Ding her. Und die setzen sich vorne rein und ohne einen Anstand, Digga, ohne alles, fangen die an zu labern. Auch laut. Nicht mal so, ey, was ist noch da? So und so. Digga, also was ich vorher meinst du mit diesem einen Typ da? Das ist an sich ein guter Junge. Aber wie soll ich sagen? Ja, ich weiß wie das ist. Der ist wie ein Stein. Dann haben die halbe, sieben Minuten über diesen einen Typ geredet, der anscheinend ein guter Junge ist, aber er ist wie ein Stein so. Keine Frau würde Spaß mit ihm haben, weil der kommt nicht aus sich raus. Tiefes Story, Alter. Also haben sie richtig über den gelabert. Und dann auf einmal ist so ein bisschen Stille und dann guckt der eine den anderen an. Da waren schon ein paar auch rausgegangen dann, weil die hat's mies abgefuckt da, die Almans. Und ich hab nur auf meine Uhr geguckt und ich zieh die 15 Minuten durch, ist mir scheißegal, was hier passiert. Und dann schaut der eine den anderen an und sagt so, Digga, ich hab da nochmal so nachgedacht, was du mich letztens gefragt hast, so mäßig zur Entstehung des Universums. Wow. Und dann haben die da, no joke, die nächsten sieben Minuten einfach darüber geredet. Da hab ich gesagt, ja, wenn du so Bakterien in so einer Petrischale machst, dann sag ich, Bruder, was ist Petrischale? Ja, das ist dies und dies. Dann haben die darüber geredet, das war einfach nur geil, Mann. Ja, safe. Ich muss ehrlich sagen, bei aller Selbstkritik, ich kann's verstehen. Weil ich bin auch so, manchmal vergesse ich's einfach. Ja, und dann liegt man irgendwo. Red ich auch so. Kann passieren. Ja, manchmal fängt man halt in der Sauna auch so an, leise zu labern. Genau, und dann wird's immer lauter. Ey, es hat mich auf jeden Fall gut unterhalten, Mann. Also Sauna, krass. Hab ich voll lange nicht mehr gemacht. Ist auch meine Empfehlung der Woche, direkt schon mal, gib mal wieder öfters in die Sauna. Bro, bei uns war das so ganz komisch, kennst du das Wildorado zufällig? Warte, was nochmal? Also du kennst Wildau, oder? A10 Center? Boah, ich weiß nicht. Also vom Namen sagt man es bei uns. Der erste Berliner, ist es dieses Outlet? Nee. Nee, nicht so richtig, Bro. Das ist so... Also so ein Einkaufscenter. Quasi so ein Ort weiter von Königshausen ist quasi Wildau. Und an der Autobahn ist da so ein A10 Center. Ich war noch nie da, nee. Das ist auf jeden Fall auch noch in Wildau so ein Wildorado. Scheiß drauf, ist ein Schwimmbad. Und da waren wir halt übelst oft. Und da war es so, als Kind war es so, wie du meintest, man schämt sich dann vielleicht auch so ein bisschen als irgendwie... Ich war das erste Mal mit 10 oder so da. Also in dem Sauna-Bereich. Und dann schämt man sich halt auch, wenn sich dann vielleicht nicht unbedingt nackt ausziehen vor den ganzen Atzen da. Digga, da waren auch immer, und das habe ich damals gar nicht so richtig realisiert, aber da waren auch immer so ältere Atzen, die sich dann richtig beschwert hatten, dass ich eine Hose anhatte, Digga. Wirklich? Aber warum haben die sich beschwert dann? Das war auch schon. Bei dir direkt oder bei deinem Dad oder so? Ja, so in den Raum. So rein wie gesagt. Hey, du kleine Sau. Ich sehe gar nichts. So ekelhaft. Hier ist aber ein textilfreier Bereich, mein Junge. Ja, so in den Raum rein einfach. Wisst ihr, was ich meine? Das wurde niemals so direkt angesprochen, sondern so passiv-aggressiv mal so erwähnt. So wie so ein Sub-Tweet, weißt du? Jemand hat das so... Die haben dann einfach so gesagt so... Also wie du schon meintest, hier ist aber schon eigentlich textilfrei. So in den Raum rein. Stell dir mal vor. Keine Ahnung. Wie viele Sicherungen müssen rausgesprungen sein, dass dein Gehirn nicht einmal zu dir sagt, halt vielleicht kurz die Fresse, wenn du als 40-Jähriger zu einem 10-Jährigen sagst, zieh deine Hose aus. War schon eher so 65-Jähriger. Ja. Digga, wie oft musst du falsch abbiegen, bis das aus deinem Mund kommt, Alter? Jesus. Sorry, hab ich schon mal erzählt. Aber mein bester Homie, mit dem wir immer halt da waren auch, so schon im Kindesalter, der war mit 13 einmal alleine da. Oh geil. Oder mit 12 oder so. Und genau an dem Tag war ich nicht mit dabei. Digga, und dann hat er einfach unsere etwas korpulente Infolehrerin in der Sauna gesehen, Junge. Und wirklich, ich bin so froh, dass ich an dem Tag nicht dabei war, weil ich glaube, das war so krank verstörend einfach. Stell dir vor, man hat ja Lehrer auch damals nie so außerhalb der Schule oder so gesehen. Man hat nie gedacht, dass die ein Privatleben haben. Ja. Die haben nur in der Schule existiert, so. Ja, und dann siehst du die, Digga, Alter, in der Sauna, Junge. Schön nackt. Geiler Anblick. Ja, ging. Vielleicht hättest du einiges mit dir gemacht, wenn du es gesehen hättest. Wer weiß, wo du heute wärst. Vielleicht würde ich jetzt auf andere, anderen Typ, Frau stehen oder so. Kann sein. Naja. Ja, also ich hab meine Empfehlung der Woche schon rausgehauen. Du hast eigentlich auch schon halb eine rausgehauen. Kannst aber gerne, wenn du möchtest, noch irgendwas anderes shoutouten. Kann alles sein, Bro. Serie, Film, Musik. Das ist immer so ein festes Ding bei uns, weißt du, dass man so eine Sache raushaut. Wie, keine Ahnung, geht mal öfter Pferde besuchen oder so. Irgendwie sowas. Gut, das weißt du, Bro. Ja, kann ja sein. Wer weiß. Okay, okay. Und du musst auch noch. Ich kann auch anfangen, Bro. Dann hast du ein bisschen Zeit. Fang du an, ja. Okay, ich hab nix. Ich muss dir kurz was überlegen. Das war ein großer Bluff. Der ist krass in die Hose. Ja, der ging krass in die Hose. Holy Shit. Ähm. Boah, was hab ich denn so erlebt? Ich muss sagen, ich mag den neuen Simba-Track, der rausgekommen ist gestern. Ich glaub, der heißt Power Rangers. Oh, der ist wirklich cool, ja. Simba find ich allgemein irgendwie voll geil. Also, ich feier das irgendwie immer, wenn so Künstler so voll vielfältig sind und man so irgendwie... Also, es gibt auch Künstler, die ich feier, die No-Jog jeden Tag oder jeden Donnerstagabend den selben Track quasi rausbringen. Aber ich fand's immer cool, wenn so Künstler so verschiedene Seiten von sich zeigen. Und man dann... Also, ist auch okay, wenn da mal ein Song rauskommt, den ich dann gar nicht feier. Ja. Aber ich find bei Simba irgendwie... Fand ich immer cool so... Ich hab jedes Mal, wenn der droppt, hab ich irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie was so ein bisschen Neues oder so. Oder so ein bisschen irgendwie anders als vorher. Also, übelst krasser Künstler. Also, auch Pasha auch so. Ja, Simba ist King. Pasha auch. Pasha hat auch mit AK jetzt einen Track raus. Ja, den hab ich auch. Den hab ich auch gehört. Da dachte ich auch so, Digga, was ne Kombo. Aber eigentlich ganz geil. Eigentlich ganz geil. Todesgeil. 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 AK ist einfach Legende. Ja. Ich fand das auf jeden Fall auch krass. Äh... Genau. Also, ich glaub der heißt Power Rangers von Simba. Ist meine Empfehlung. Stark. Ja, Mann. Das... Ja, äh... Du hast jetzt irgendwie so eine coole Empfehlung. Jetzt kommt das, was ich sage, kommt so richtig lächerlich. Nein. Aber ich wollt sagen so, Leute. Ihr müsst euch ne Nasendusche holen. Oh mein Gott, ich hab auch eine. Ich hab auch eine. Duscht eure Nase. Und für die Leute, die noch einen Schritt weiter gehen wollen, spült eure Ohren aus. Ich schwör. Mit was? Ihr werdet es nicht bereuen. Du kannst auch so... Wie so eine Ohrendusche. Wirklich? Ich glaub am Ende letztendlich Wasser oder so, aber es ist wie so ein Ding. Ah, ich kenn das. Das ist so ein Ball, oder? Wo man dann so... Ja, genau. Weil Ohrenstäbchen soll man ja nicht benutzen. Ja. Ich mach's trotzdem immer. Es fühlt sich schon sehr geil an. Jetzt fühlt sich gerne. Also, es ist schon wie Ohrensex auf jeden Fall. Aber äh... Ähm... Es ist nicht so gut. Aber Ohrendusche und Nasendusche ist gut. Und ähm... Ja. Macht das, Leute. Boah, das ist ne echt gute Befehlung, Mann. Genau. Und äh... Und noch, ich muss jetzt... Ich muss leider... Sorry, Leute. Verzeiht mir. Aber ich muss Proben machen für meine Tour. Also, eine weitere Empfehlung ist, wenn ihr mich live sehen wollt, kommt am 16.11. Oder 15.11. Ich glaub, ich bin 15.11. Im Palladium. Wir gucken kurz an die Regie. Ich bin auf jeden Fall kurz an die Regie. Okay, okay. Das wurde grad mit Händen so gezeigt. 15. Leute, kommt am 15.11. auf mein Konzert in Köln. Äh... Oder wenn ihr nicht aus Köln kommt, kommt irgendwo, äh... In die ganzen anderen Städte. Ich bin diesen Herbst auf Tour. Das wird geil. Ja, wir sind da, würde ich sagen, oder? Geil. Wir kommen vorbei. Ist egal, ob du willst oder nicht. Wir sind da. Also, ihr denkt jetzt, ihr kriegt Liste oder was? Ja, wir kriegen Liste. Ja? Mal gucken. Mal gucken. Ihr kriegt Friends-List. Halber Preis. Ich hab euch so ein Zebristen-Rabatt organisiert. Und ein Freigetränk, Bro. Und eine Coke. Nee, aber so, nichts Alkoholisches auch. Einfach so ein Kürzer und Apfelschorla. Nee, genau. Ich krieg jeder eine Getränkemarke, aber für so ein Drink braucht man zwei Getränkemarken. Jo! Das ist noch schlimmer. Bei meiner ersten Gigs hab ich so Getränkemarken. Hab ich so Getränkemarken bekommen. Und ich hatte drei Getränkemarken. Und da war es eben so, zwei Getränkemarken waren ein Drink. Und ich hatte irgendwie so mit den ersten beiden einen Drink geholt. Und dann wollte ich so mit der... Nee, nee, warte. Es war so, ich hatte... Ich war noch mit Kumpels da und ich hatte jedem eine gegeben. Und dann wollten wir uns alle mit der einen Drink holen. Und dann konnten wir nicht. Und dann musste... Also ich konnte irgendwie so... Ich hatte praktisch nur Marken für anderthalb Drinks. Chillig. Wie dumm einfach. Also wie dumm gelöst. Großzügig auf jeden Fall von denen. Geil. Ey, und ich weiß, Interview ist jetzt vorbei, aber jetzt, grad wo du es mit Simba erzählt hast, Hau raus. Bruder, wir können auch noch ein paar Stunden machen. Wir können auch zwei, drei Stunden machen. Lustiger... Lustiger Fact, so. Ich hab... Also hab ich eigentlich noch gar nicht richtig gerappt, so. Da hab ich nur so... Also so, bevor ich halt irgendwie einen Song rausgebracht hab, hab ich halt immer so aus Spaß, so... Mal auf Homepartys irgendwie so... So gefreestylt oder so eine Scheiße. Wie man's halt macht als... Geil. Also so. Äh... Und... Ich und Simba kannten uns halt so ein bisschen so durch gemeinsame Freunde. Und auf irgendeiner Homeparty haben wir auch so... Irgendwann mal zusammen gefreestylt. Und haben dann auch noch, bevor er auch gepoppt ist, äh... Oder wo er irgendwie gerade so seinen ersten Song, glaub ich, rausgebracht hat. Äh... Haben wir mal so über so ein Feature geschrieben. Und so... Also so einfach so... Damals, als er noch kaum was draußen hatte und ich noch... Ich auch noch kaum... Also ich auch... Nee. Ich eigentlich noch nix draußen hatte. Mhm. Aber er schon so paar Sachen von mir gehört hat. Haben ich und Simba einfach mal über Feature geschrieben, so. Also schau das Simba jetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding wäre. Aber ich muss sagen, das... Ja... Aber Simba macht, glaub ich, keine Features. Aber das ist auch gut so. True, ne? Der macht einfach so sein komplette Ding und ich feier's auch so. True, true. Wie du meintest, so. Simba ist King, so. Und der braucht auch keine Features. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist trotzdem ein witziger Side-Fact, so. Das ist so... Das ist funny, ja. Vor allem, bevor irgendwer von euch irgendwie crazy unterwegs ist. Ja, safe, safe, ja. Ja, funny, man. Ey, übelst geil, dass du heute da warst, Mann. Ja, Mann. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Äh... Ich hoffe, du auch, Bro. Ja, danke. Und die Empfehlung war, no joke, krass, Alter. Ich benutze auch jeden zweiten Tag Nasenduscher. Bro, du benutzt es schon. Ja, ja, ist übergeil. Ich benutze es auch. Du benutzt es auch. Bro, du machst dieses Salz rein, Digga. Dann so ein bisschen warmes Wasser. Also zu warm. Es fühlt sich erst ein bisschen eklig an, aber man gewöhnt sich dran. Bro, danach ist das übelst geil, weil die Nase ist dann so übelst frei. Du schnaubst dann einmal und dann... Ja, vor allem diese ekligen Kopfschmerzen, die hier oben gehen dann so weg. Alles so schön durchspült, Digga. Du machst richtig so... Ja, der ganze Scheiße soll raus. Ich will richtig sehen, wie die Rotze mir so rausläuft, Digga. Ja, stark, auf jeden Fall. Okay. Cooles Ende, Digga. Das war ja das Schlusswort. Sehr gut. Ey, Leute. Danke nochmal, dass du da warst. Ey, ich danke euch für die Einladung. Guck mal, sogar mit Handschütteln, Digga. Geil. Hatten wir noch nie, ne? Ey, Leute. Und wenn ihr das seht, entfolgt alle Papa Platte. Ey, 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 ey. Digga, was? Sehr gut. Das und auf YouTube... Ihr dafür alle bei Edeltalk dann reinfolgen. Auf YouTube, Leute. Like da lassen. Und auf Spotify-Bewertungen, ihr wisst. Bis zur nächsten Woche. Wir sagen Ciao. Mach's gut, Freunde. Ciao, ciao.